Liebe Genossinnen und Genossen in Mühlheim, leider schaffe ich es nicht bis zu euch oder erst sehr, sehr spät. Deshalb auf diesem Weg ganz, ganz liebe Grüße. Wir haben ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Schwarz-Gelping Nordrhein-Westfalen ist Geschichte, ist abgewählt und ihr habt euren Beitrag dazu geleistet. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich bin. Das weiß ich. Und deshalb geht mein Herz jetzt zu euch rüber. Bitte feiert ohne mich. Genießt es. Ihr habt es euch verdient. Auf bald.